Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deus Ex Mankind Divided mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und ja, wir sind hier in der Befragung stehen geblieben. Wie ging der Angriff vor sich? Was hat der Mörder getan? Was haben Sie hier gemacht? Wir fragen erstmal danach. Wie ging der Angriff vor sich? Was hat der Mörder getan? Er war über ihr und hat ihr das Böse rausgeschnitten. Zumindest hat er es so genannt, glaube ich. Sie haben seine Stimme gehört? Laut und deutlich. Er klang selbstbewusst, autoritär, wie ein General, der Truppen befehligt. Was genau hat er gesagt? Es ist Zeit, dich wieder gesund zu machen. Haben Sie irgendeine Erinnerung? Ja, das ist interessant. Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, wie der Mörder aussah? Ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur einen Schatten gesehen. Der Mann war sehr groß. Der Schatten hat alles verdeckt. Sie können ihn also nicht beschreiben? Sein Gesicht nicht, nein. Seine Kleidung war sehr dunkel. Schwarz, vielleicht blau. War er augmentiert? Er hat sich so bewegt, aber ich bin nicht sicher. War das Ihr Mann? Was haben Sie hier gemacht? Ich habe Starlight gesucht. Meine Katze. Da war ein Blitz und... die plötzliche Sicherheit. Ich wusste, dass gerade etwas Schreckliches geschah. Wo waren Sie genau? Im Schatten. Kopf gesenkt. Ich konnte mich nicht bewegen. Du bist so dumm, Daria. Ich hätte heute nicht rausgehen sollen. Schlechte Energien. Ja, das stimmt. Warum trauen Sie der Polizei die Aufklärung des Falls nicht zu? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Was für Erfahrungen? Pfiffe, die ich nicht wollte. Unberechtigte Strafzettel. Die Polizisten hier sind schlimmer als Kinder. Ihr Lebenshöhepunkt war Teamkapitän Ihrer Schulmannschaft zu sein. Ich war Kapitän des Debattierclubs auf der Highschool. Na ja, das ist was anderes. Was halten Sie von Montag? Haben Sie ihn schon mal getroffen? Ja, am Dienstag. Ich war vor Jahren mal auf dem Revier, um mich über einen Strafzettel zu beschweren. Detektiv Montag ist für den Papierkram zuständig. Wie hat er sich angestellt? Ganz okay, aber er ist ein Schreibtisch-Hengst. Sehen Sie, wie verloren er wirkt? Die Bullen, die einen Mörder fangen können, die werden bei ermordeten Optis nicht eingesetzt. Okay. Ich tue, was ich kann, um bei den Ermittlungen zu helfen. Viel Glück. Es hat gespeichert. Wo ist denn das letzte Teil hier? Hier. Eine herausgerissene Augmentierung. Wer immer das getan hat, wollte sie wohl nicht für sich. Er wollte sie nur aus dem Körper entfernen. So, die haben wir denn alle. Jetzt müssen wir da hinten hin. Wo war's denn? Ich bin da durchgegangen. Ich darf das. Ich speicher mal. Ich werde jetzt fernacken. Hä? Hä? Der sinkt da. So. Ich. Ich muss Bahn fahren. Nehme ich mal an. Können wir jetzt hier auch fernacken machen? Nee, Tastenfeld benutzen. Da muss ich hin. Das machen wir jetzt mal. Da oben. Ein paar Blocks. Und jetzt müssen wir ganz lange U-Bahn fahren. Oha, tut mir leid. Steig mal ein. Los, Adam. Ja. Ein klassischer Mordfall, würde ich sagen. Und ich habe den Vater, den Ehemann in Verdacht. Kommt aber nur darauf an, wie groß der war. Also Viktor Maschenko ist nur für die Bomben verantwortlich. Oder für den Bombenbau und deren Einsatz. Der kann nicht noch auch an der Dame rum experimentiert haben. Das glaube ich einfach nicht. Naja. Die Ladezeiten sind hier überirdisch lang. Schlimm. Aber hat vielleicht auch einen Grund, der sich mir nicht erschließt. Ist aber auch jetzt nicht so wichtig. Wir kennen das ja. Aufnehmen tut alles hoffentlich. Ja. Naja. Zumindestens laut Anzeige hier auf meinem Mischpult. Sappel ich ins Mikrofon. Und ich hoffe, dass es dennoch aufnimmt. Ich nehme mich jetzt mit Action auf. Da habe ich überhaupt keine Kontrolle. Leider. Das wäre schön, wenn da noch so eine kleine Aussteuerungsanzeige implementiert wäre. In diesem Mini hat, den ich hier habe. Auf meiner Tastatur. In dem Display. Das wäre schön. Dann könnte man das gut sehen. Ob Audio hinhaut. Naja. Krüben steht da immer noch drauf. Meiner Meinung nach. Oh, wir haben es gleich geschafft. Das ist aber fein. Spät ist das eigentlich? Ach so spät. So, nun sehe ich zu. Einmal hakeln bitte. Frame raten Einbruch. Gut. Da war ich. So, wir hatten das alles reintröpfelt. Gut. Ja, im Moment verwöhnt mich das Spiel hier. Zeigt 100 Frames an. Das ist doch schön. Ah, blöde Kuh. Blüder Kerl, ich, Officer. Irgendwann. Irgendwann. Das ist Schikane. Ich sehe nicht mehr so gut. Nee. Ich will mich einfach nur betrinken, eine Runde ficken und diese schrecklichen Bilder der Musiker-Explosion aus dem Kopf trinken. Pui. Seid ihr für Leute. Da oben wohnen da? Mal gucken, muss ich noch eine Etage höher? Hier. Hier waren wir doch schon drin. Hier habe ich schon geknäck... äh, gehackt. Hey, wo willst du hin? Johnny Gunn. Ich will ein bisschen looten. Mal schauen, ob du was Sinnvolles, Gutes noch hast. Hey, wo willst du hin? Wie das zum Beispiel... Soll ich Musik machen? Der lässt sich gar nicht stören, ne? Das finde ich faszinierend. Ich kann hier drinnen rumrennen. Hey, Arschloch! Da kannst du nicht rein! Von wegen jetzt... Jetzt habe ich es gesammelt! Haha! Ich habe es bei der Aufnahme... Äh, beim Nachverton heute gesehen, dass hier noch Neuroprozin lag. Jetzt habe ich es! Hahaha! Der ist aber nicht augmentiert. Doch, an den Arm. Hast du was zu trinken dabei? Wenn du einen Mann so überfällst, solltest du wenigstens was mitbringen. Bist du Johnny Gunn? Bin ich. Was willst du? Hast du das von deiner Frau gehört? Welcher? Wie bitte? Ich war öfter verheiratet. Von welcher Frau reden wir? Hm. Ich glaube, du weißt welche. Und ich glaube genau... Du weißt genau, warum ich hier bin. Ihre Leiche lag in der Gasse. Konfrontieren. Von der Toten. Von der die irgendein Tier in Stücke gerissen hat. Sie hat einen Namen, weißt du. Angie für ihre Freunde. Angela für dich. Du hast es also schon gewusst? Dein Freund, der Detective, hat angerufen. Ich soll hier bleiben und auf dich warten. Also habe ich gewartet. Kooperation. Angela schon tot, sie war deine Frau, oder? Ich mache es mit das. Angela scheine dich nicht sehr mitzunehmen. Sie war doch deine Frau, oder? Ex-Frau. Wir waren geschieden. Soll das erklären, warum du dich so gleichgültig verhältst? Menschen sterben. Ob mir das was ausmacht, ist eine Sache zwischen mir und meinen Erinnerungen. Dich geht es nichts an. Nachfragen. Bedrohentagen. Was lief falsch in deiner Ehe? Scheidung bedeutet, dass da was gewesen sein muss. Wie alt bist du? Fünf? Erwachsene gehen sich irgendwann auf die Nerven. Wenn nicht, tun sie nur so. Wenn du zwei Leute in einen Raum sperrst, hassen sie sich früher oder später. Das ist völlig normal. Ich bin eher überrascht, dass Angie es so lange ausgehalten hat. Ich bin nämlich angeblich schwierig. Aha. Ach wirklich? Angela hat dich also verlassen und du hast dir das verübelt. Übel nehmen? Nein. Im Moment bin ich wegen jemand anderem stinksauer. Du bist sauer auf mich, weil ich rausfinden will, wer sie getötet hat? Weil du mich behandelst wie ein Verdächtigen. Weil du so truest, als würde dir an ihr mehr liegen als mir. Und weil du der erste Mensch seit fast einem Jahr bist, der in mein Apartment kommt und mit mir spricht. Ein Jahr! Und genau davon reden wir. Ich bin sauer wegen der Situation! Hm. Ist das ein Beltauer-Abzeichen auf deiner Jacke? Ja. Und? Sagen wir einfach, ich kenne Beltauer. Was soll das heißen? Du kennst sie. Sticheln? Na? Ich kenne ihren Pensionsplan. Anscheinend sind sie richtig nett zu dir, Johnny. Es soll gar nichts heißen. Ich hatte auch schon mit denen zu tun. Das ist alles. Es gab viele Tote. Mhm. Ich muss ihn irgendwie auf meine Seite kriegen, damit er mir vertraut und vielleicht sich verplattet. Ich stichel nur. Ich kenne ihren Pensionsplan. Anscheinend sind sie richtig nett zu dir, Johnny. Leck mich! Ich war in New South Wales, Mann. Scheiße, ich bin immer noch dort. Ich werde vermutlich den Rest meines Lebens versuchen rauszukommen. Das ist der Preis, wenn du keine Befehle mehr annimmst. Du bezahlst die nicht, glaube ich. Australien? Warst du nicht während des Bürgerkriegs dort? Richtig. Und das war nur der Anfang. Nicht meine erste Wahl, aber eine Wahl hatte man bei Belltower nur selten. Sie bestimmen, wohin du gehst, was du dort machst, wechseln deine Teile aus wann und wie es ihnen gefällt. Ich wurde auch nicht freiwillig augmentiert. Nicht beim ersten Mal. Aber wir sollen dafür auch noch dankbar sein. Metall ist viel besser als Haut, stimmt's? Mir haben sie es so verkauft. Zum Teil stimmt das sogar, aber nur zum Teil. Ich kann durch Feuer gehen. Sand klebt nicht zwischen meinen Zehen. Und ein Messer durch die Hand stört mich nicht. Aber meinen Gefühlen kann ich nicht trauen. Sogar meine Träume sind aus Metall. Sind beide Hände aus Metall? Finger sind was für Menschen, Mr. Gunn. Was sie haben, ist viel besser. Und dann haben sie gesagt, was ich tun soll. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Ich sag dir was. Das bin ich nicht mehr. Schon sehr lange nicht. An Angelas Hals wurde ein Teilfingerabdruck von der Person gefunden, die sie erwirkt hat. Meine Hände haben in Kriegen getötet, von denen man noch nie gehört hat. Ich hinterlasse keine Spuren, selbst wenn ich es wollte. Damit kannst du besser töten. Ich werde also nie erwischt. Ironisch, was? Ein guter Killer zu sein, rettet mich hier vermutlich. Oder denkst du immer noch, ich habe Angela getötet? Tut mir leid, was Bellthauer dir angezogen hat. Ich würde dich nicht weder verhaften noch freisprechen, nur befragen. Auch wenn du kein... Heißt das nicht, dass du unschuldig bist? Ich werde ihn mal... Ich muss ihn beruhigen, er ist ja angespannt. Es tut mir leid, was Bellthauer dir angetan hat. Muss es nicht. Sie haben mir Werkzeuge gegeben, weil sie es wollten. Es war an ihrem Interesse, dass ich sie habe. Aber die Entscheidung, sie zu benutzen, war allein meine. Und jetzt wäre ich gern allein. Scheiße. Optional zwingenden Beweis finden. Eintrag halten. Ich verlasse mich lieber nicht auf Montagsbauchgefühl, wenn es darum geht, einen Mann wegzusperren. Ich muss etwas finden, das Johnny mit dem Mord in Verbindung bringt oder seine Unschuld beweist. Ich denke, ich habe genug herausgefunden, um etwas Licht auf Angela Gans Ermordung. Sowas passt und was nicht. Ich brauche mir 99 Flaschen Bier an der Wand. 99 Flaschen Bier. Zu Ihrer Frage, können augmentierte Hände jucken? Was Sie beschreiben, ist nicht möglich. 2024 war ein gutes Jahr für Hände. Ihre Knöchel können nicht jucken, Ihre Handflächen schwitzen nicht, Ihre Finger hinterlassen keine Abdrücke. Aus medium-mechanischer Sicht ist das bei Ihrem Modell unmöglich. Ich habe das Gefühl, Sie scheuen weiterhin vor dem eigentlichen Problem zurück, nämlich dass Bellthauer Sie gegen Ihren Willen augmentiert hat. Und dagegen kann ich leider nichts verschreiben. Sie sollten meinen Kollegen Dr. Halep aufrufen. Falls Sie mit ihm reden wollen, melden Sie sich bei mir. Aber bedenken Sie dabei, dass Ihre Versicherung abgelaufen ist. Es ist tatsächlich so, er hinterlässt keine Fingerabdrücke. Damit kann er das ja eigentlich auch nicht gewesen sein. Na gut. Ich glaube, wir... Nee. Nee. Müssen wir noch irgendwas machen. Hier ist aber nur Suff. Ich muss irgendwas finden, um ihn zu entlasten. Ich fand Vergnügen daran, Angie... Ich fand so viele sinnlose Zeit. Ich fand Vergnügen daran, in der Stille zu töten. Meine Hände sind sonntags beste. Meine mutigen neuen Füße erstört mich. Gelehrter. Die ist nur werfbar. Musst du pissen? Da kommt immer nur das Gleiche. Ich soll hier noch irgendwas machen? Oder soll ich hier bloß rausgehen? Lass ich mich wieder in die Irre leiten? Weil hier unten der Ausgang ist. Ach ja. Ich lass mich wieder in die Irre leiten. Aber egal. Wir haben ja noch ein bisschen was gefunden, was interessant ist. So. Und hier nichts wieder raus. Und schon wieder U-Bahn fahren? Ja. Ich muss schon wieder U-Bahn fahren. Du da. Du da. Oh, nicht so viel. Ach, du haust ja gar nicht. Ach, dann. Schnarch nicht. Mach ich zu da? Interessant. Okay, dann fahren wir mal U-Bahn. Jo. Aber keine Angst, ihr müsst euch das jetzt nicht anschauen. Ich melde mich wieder, wenn ich beim Detektiv bin. Und das wird in der nächsten Folge sein. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss. 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 Vielen Dank.